Dieses Video wird präsentiert von MusicSculptor, Music for Storytellers und WatchBetter.com. Hier seht ihr unsere Videos schon eine Woche vorher. Heute machen wir ein bisschen Familienkunde. Ich präsentiere euch Familie Reiss. Eine große Familie mit einem großen Stammbaum. Und mit vielen unterschiedlichen Typen. Heute bei Nings Küchen Wiki. Familie Reiss ist wirklich, wirklich riesig. Mehr als 100.000 unterschiedliche Familienmitglieder soll es auf der Welt geben. Die wenigsten davon findet ihr im Supermarkt egal. Aber selbst hier ist die Auswahl groß und verwirrend. Schauen wir mal auf den Stammbaum und auf die wichtigsten Familienmitglieder auf dem westlichen Esstisch. Und wie bei jeder Familie sind die drei Chefs unterschiedlicher Typen, sagt der Reisexperte Stefan Fahl. Der Landkornreis ist ein Reis, bei dem weniger Stärke abgegeben wird beim Kochen, als sozusagen Wasser aufgenommen wird. Dadurch ist er körniger. Der Mittelkornreis, wie zum Beispiel der klassische Risotto-Reis, hat schon einen höheren Anteil an der sogenannten Amylose-Stärke. Dadurch ist sozusagen das Endprodukt, das Risotto, etwas klebriger. Und beim Rundkornreis, da kommt dann noch die zweite Stärkesorte, das Amylopektin, zum Tragen, was eben hier besonders stark vertreten ist. Und dadurch wird der Reis klebrig, bis klebrig süßlich sogar. Die meisten Kinder hat der Landkornreis. Das ist die Art, die am weitesten verbreitet ist. Man braucht die für viele asiatische Gerichte. Zwei Landkornreis-Kinder sind dabei besonders interessant. Jasmin-Reis. Ein Landkornreis mit leichtem Blumenduft. Er schmeckt ein bisschen körnig und man nimmt ihn gerne für südasiatische Gerichte. Und Basmati-Reis. Ein Landkornreis mit erdlich-nussigem Aroma. Er ist bissfest und man nimmt ihn oft für zum Beispiel indische Gerichte. Familienoberhaupt Mittelkornreis ist ein bisschen anders. Wir kennen vor allem seine beiden Kinder Risotto-Reis und Paella-Reis. Die beiden sind sehr anverwandt, aber trotzdem unterschiedlich. Achtung, besser als Alarm. Sie sind wie Romulus und Remus. Risotto-Reis hat mehr Stärke. Gut also für eine cremige Konsistenz. Paella-Reis hat weniger Stärke. Die Reiskörner kleben also weniger zusammen. Genau richtig, also für Paella. Jetzt sieht's schon. Familie Reis ist groß und hat sehr unterschiedliche Familienmitglieder. Warum ist das eigentlich so, Herr Farg? Es gab tatsächlich immer sehr viele Reissorten, also gerade auch zum Beispiel verschieden färbige Reissorten, verschieden lange Körner. Was mittlerweile aber tatsächlich ist, es gibt sehr viele Hybridsorten, die das Spektrum dann ergänzen. Es gibt ja das International Rice Research Institute auf den Philippinen. Und da geht's also dann vor allem darum, verschiedene Reissorten zu kombinieren, sodass man das Beste aus dem Reis dann am Ende herausholt. Das letzte Familienoberhaupt, der Hongkong-Reis. Seine beiden Kinder, Sushi-Reis und Milchreis. Zwei Reissorten, die nicht gerne allein sind. Das bedeutet, die Reiskörner kleben hier schnell zusammen. Sushi-Reis und Milchreis sind sehr ähnlich, aber auch unterschiedlich. Sushi-Reis hat etwas andere Kliebe-Eigenschaften als Milchreis. Beide sind quasi für ihren individuellen Job optimal ausgebildet. Mehr dazu gibt's bald in einem Video speziell zum Thema Milchreis und Sushi-Reis. Und jetzt gibt's noch etwas sehr Seltsames. Zwei unehrliche Kinder der Familie Reis. Wildreis und Parbordreis. Wildreis hat sich in die Familie Reis angeschlichen, denn er ist gar kein Reis, sondern der Samen einer Süßgrasart. Er schmeckt erdig und ein bisschen nach Tee und muss viel lange gekocht werden aus echtem Reis. Und dann noch dieses Kind hier, Parbordreis. Ein Reiskind mit einer besonderen Ausbildung. Parbordreis kann jede Reisart sein. Er wird nach der Ernte vorgegart. Dadurch klebt er weniger und mehr Vitamine bleiben erhalten. Der Nachteil, die Spezialausbildung macht das Reiskind zum Fachidioten. Manche Gerichte wie Sushi oder Risotto kann man nicht mehr damit machen. Die Familie Reis. Eine große Familie. Und jetzt kennt ihr die wichtigsten Familienmitglieder für euren nächsten Ankauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017